Hey, ihr kleinen Fratze und willkommen zu einer kleinen Runde Tryjump. Ich hab das aufgenommen, aber aus Versehen nicht aufgenommen. Und Herr Bergmann, der kleine Fratz, hat das dann testweise mit Affen an. Und ja, jetzt hat er es, ich aber nicht. Scheiße. Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Minekraft Tryjump. Heute... Miete Bergmann! Mein Knecht. Kannst du mal warten? Entschuldigung, ich war so aufgeregt. Ja, das verstehe ich, Alter, das verstehe ich. Guck mal, hier ist ein Bergmann aus dem Zauberhut. Ich bin, wenn wir in der Party sind... Ja, das ist immer so, wenn wir in der Party sind. Wie geil ist das denn, Alter? Boah, ist das ein geiler Server. Ja. Alter. Kennst du den, Auna? Ähm, ja, aber der ist super abgehoben. Der ist ein mega, mega Arsch. Übrigens, weißt du was? Ich muss mal aus dem Nähkästchen plaudern. Was denn? Was ich fand sehr lustig. Ich bin eben aufgewacht und habe gesehen, dass Mr. Trashpack, liebe Grüße, ein Video gemacht hat. So ein Feedback über Endemol, mein Netzwerk, das sich aufgelöst hat. Ja, das ist die Kommentare voll. Kein Netzwerk, Pleite. Und überall geht es momentan die Geschichte um. Bergmann ist Pleite, Bergmann ist Pleite. Und ich habe mich die ganze Zeit, ob ich mich schon bei Zwegard anmelden muss. Ähm, ja, das finde ich sehr lustig. Ich bin Pleite natürlich, deswegen nehme ich gerade mit Manu auf, weil der mich horrend dafür bezahlt, dass ich hier bin. Das ist ein Product Placement. Genau. Hier eingeblendet. Ach echt, das denken Leute? Ja, ich meine, das stimmt, aber da muss ich ja keiner wissen, ne? Ich bin mega broke, das stimmt, ja. Deswegen, ja, schickst du mich ja jetzt auch regelmäßig auf die Straße. Ja. Genau. Ach, guck mal. Und direkt dieselbe Idee. Schön. Ich komme überhaupt nicht voran. Wo bist du? Welchem Modul? Äh, sechs. Ernsthaft? Ja? Ich bin bei zwei. Hey, was ist denn los? Ja, easy, ey, Alter, ist das einfach gegen dich? Ja, wir spielen aber zusammen, du Halunke. Ach so, oh. Ja, ups. Ach stimmt, das ist meine erste Teamrunde. Ja, guck mal. Alter. Alter, Vater. Okay, aber ich wollte es auch. Genau, das Thema könnte ich auch mal kurz bei mir ansprechen. Weißt du nicht, wie ich das mache, weil ich gerade aufges... Wow. Gestanden bin und deswegen noch ein bisschen... Ratschig in der Birne. Genau, was? Ratschig in der Birne. Ah ja, oh, da, ja, genau. Ähm, warum wird das hier resettet? Was soll das? Äh, äh, oh, äh, ich finde, also, das... Man kann das zwar bei vielleicht manchen machen, aber bei mir persönlich... Wo war das nochmal? Irgendwer hatte doch irgendwas mit Merch? Genau, es gab doch so einen kleinen Skandal von wegen, jemand hat Merch released und bla, das hat was mit dem Netzwerk zu tun. Und, ähm, daraufhin hatte ich was recht Neutrales gegenüber Netzwerke geschrieben. Ja. Also, von wegen, das ist ja... Warum interpretiert man das denn in meine Netzwerke und so rein? Weil ich das halt von mir kenne, dass mein Netzwerk da eigentlich gar nichts mit zu tun hat. Mit Merch jetzt. Nein, mit, 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 genau, mit Merch und allgemein so, mit, mit allem eigentlich. Ja. Und dass die Leute da einfach viel zu viel reininterpretieren. Bei manchen, ich hab keine Ahnung, bei manchen ist es vielleicht der Fall, dass man da sagen kann, okay, da, da spielen die viel mit. Aber bei mir persönlich halt einfach echt gar nicht. Okay. Ähm. Weißt du nicht, wie das bei dir war? Äh, nö, auch nicht wirklich so. Bei mir war es halt einfach primär, also wenn, wenn wir jetzt mal wirklich serious reden. Ach, scheiße. Ähm, dann war ich eigentlich nur in dem Netzwerk, weil ich halt immer mal wieder Soundtracks und sowas verwendet hab und ich da halt rechtlich dann irgendwie mich abgesicherter gefühlt habe, was aber eigentlich auch gar nicht stimmt. Aber jetzt wirklich, ähm, äh, Mehrwert durch das Netzwerk in Form von Kooperation hatte ich da nicht. Äh, weil die, das, das Geschäft geht ja weiter. Also wenn Ende Mo jetzt Kooperationen macht, dann kann ich die ja trotzdem mit denen machen. Aber halt nur nicht mehr dieser, dieser Netzwerk-Support, der fällt halt weg. So viel ändert sich halt gar nicht. Ja, aber du bist jetzt arbeitslos. Das stimmt, ich bin pleite. Oh nein. Nein, aber kein Problem, denn meine Single ist direkt, äh, schon in den Startlöchern. Out now. Out now. Mann, wie scheiße bin ich? Oh. Seitdem ich dir gesagt hab, wo ich bin. Ich bin aber erster. Bist du schon bei Pokémon? Weiß ich nicht, jetzt sind wir schon dran vor. Mann, ja, geil. Das Modul ist so scheiße, ich bin beim, äh, Bibliothek-Modul. Ja, aber diese Pokémon-Go-Geschichte müsste doch eigentlich was für dich sein, oder? Ach, komm, ey, ja, mh, genau. Ja, voll. Okay. Ich geh, ich geh bestimmt dann, äh, in, in, in die Stadt, lauf da rum, sinken mit meinem riesengroßen Tablet. Alle Pots, sag mal, wie scheiße kann ein Mensch bringen? Warum wird das hier nicht vereinfacht? Ich rall, ohne Mist. Weil das so ein Hard-Modul ist. Ich hab diese Scheiß-Module gemacht. Oder nee, es ist sogar Extreme. Hä? Ich bleib nicht mehr an der Leiter hängen. Extreme. Extreme Dinosaurs. Ich bin ein bisschen aufgeträgt heute. Bist du auch da? Nee, du bist, äh, hä? Ich bin immer noch bei Glomander. Ihr seid ja richtig weit weg, Alter. Ja. Wohin muss ich denn? Muss ich dahin vielleicht? Ja, kann ich, ne? Aber ich wollte ja nicht hin wegen dem Teil. Wegen dem komischen. Hallo. Die Module werden auch einfach an den fiesesten Ecken leichter. Aber jetzt mach ich das hier. Ich kann ja nicht springen. Ja, alles klar. Alles klar. Ja. Ja, okay. Jetzt, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich das. Ich habe die Antwort, dass es nicht geht. Mann! Der Sprung geht nicht. Ja. Der Sprung geht gar nicht. Nee, echt jetzt? Du bist bei der Bibliothek mit dem, mit dem, mit dem, äh... Ja, der erste, einer der erste. Ich, ich kann ihn einfach nicht. Ey, ich dreh durch. Das ist doch der für ein Spinnennetz, oder nicht? Ja. Ja. Ja, erzähl mal. Wo hast du denn da Probleme? Er springt einfach über das Spinnennetz rüber. Was? Über das Spinnennetz rüberspringen? Ach, du meinst diesen Ah, den danach, ne? Nach dem Spinnennetz. Ja, 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 klar, natürlich. Ja, der ist richtig fies, ja, das stimmt. Ja, und warum wird der nicht einfacher, wenn ich hier hundertmal scheitere? Ja, aber wenn man da den Kniff raus hat, dann, äh, ist der ganz einfach. Ja, so lange habe ich da echt noch nie dran gelassen. Ja, guck. Das heißt, aber du hast den ja schon geschafft, ein paar Mal. Ja, schon, vielleicht wurde er auch einfach noch verschlimmert, ich weiß es nicht. Oh, okay, alles klar. Entschuldigung, okay, Survival Games, ich bin gleich, ich will auf jeden Fall, vielleicht schaffe ich es ja noch als Erster. Ich setze dich ein bisschen unter Druck, Manu. Ich setze dich ein bisschen unter Druck. Hä, bist du Erster? Nein. Aber, okay. Wer, wer bist du denn? Ja, ich habe es geschafft. Burning Di Zeps. Natürlich. Nice, LP. Ja. Burning Di Zeps LP HD. Ah. Ah, ich habe auch gemerkt, wenn man stöhnt, dann wird es... Ah, ah. Ah. Ja, okay. Das haben wir schon früher gelernt, ne? Bei Zipperjump. Stimmt. Die glorreichen Zeiten. Alter, war das knapp. Ja, da, da, das war noch Zeichen. Okay, bist du denn am Ziel? Kannst du... Nein! Nein! Ja, bin ich. Ich habe es geschafft. Ah, okay. Wie viele Tokens hast du? Keine Ahnung. Das steht oben rechts. Keine Ahnung. 2.650. Okay, alles klar. Und du? Äh, 2200. Ich habe übrigens den Tipp bekommen, statt einem Eisenhelm, einen Kettenhelm zu holen, weil das aufs selbe hinausläuft, aber günstiger ist. Ah, alter. Ja. Das ist der Rückstoß 2, Schärfe 2. Ja, kleiner Cheater, alter. Oh ja. That's my name. Ich... Also, jetzt... Was kannst du dir denn allgemein so empfehlen? Erzähl mal. Äh, ja, eigentlich, äh, ich gehe immer nur aufs Schwert. Ja, ja, ja. Da oben ein bisschen Fleisch. Und wenn ich dann noch Google habe, kriege ich mir einen Bogen. So. Ich habe jetzt dreimal verzaubert. Uh, okay. Schärfe 3, Rückstoß 2, alter. Alter, ein richtiges OP-Schwert. Ja? Das krasseste Schwert in Trigant? Ja, das könnte es sein. Dann habe ich einen Partner. Die Tränke mache ich selten, muss ich gestehen. Ja, bin ich auch kein Fan von. Oh, sorry. Ja. Ich mache jetzt die Pfeile, alter. Ich gehe jetzt auf die Pfeile. Okay, alles klar. Ich habe jetzt Pfeile geholt, obwohl ich gar keinen Bogen habe. Nice. Aber vielleicht... Aber Absicht. Sterbe ich, ja? Vielleicht bekomme ich einen. Ja, genau. Und dann gibst du mir den. Und dann überreiche ich ihn hier. Ja, wo bist du denn, alter? Ich bin doch hier. Hi. Hallo, wo hier bist du? Ich ziehe mich wieder aus. Ich spiele ohne, alter. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Werfen wir mal dein Schwert, warte, in 14 Sekunden zu. Okay. Sollen wir es machen? Als eine kleine Challenge? Eine kleine Challenge, dass wir nachher ohne Schwert in der Runde sind. Du Gack-Bähner. Gack-Bähner. Nicht in diesem Ton. Bannin live, komm. Ja, warte. Oh Gott. Im Deathmatch. Okay, wo bist du denn? Okay, ich bin bei jemanden. Alter, ist der weggeklatscht. Wir spielen bei jemanden, okay. Ich habe, ich habe eine Panik gerade. Ja, komm. Nein, er spawnt da. Oh Gott, alter, warum musste der denn den Weg spawnen? Wo bist du? Dort, wo bist du? Ich bin gerade bei so einem Haus. Und jetzt bin ich beim Fluss in der Mitte. Ah, in einem Haus. Ah, ja. Das war... Beim Activity Player bin ich. Oh, ich werde aber gerade von beiden Seiten. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Er war unsichtbar, der Typ. Ich will ihn töten jetzt. Ja, Hacker. Hacker? Echt? Ohne Flags? Normal Fack. Jetzt. Mann, ich... Ja, geht doch. Ja, jetzt kommt mir sein Mail. Wie viel Einträger hat denn der? Au! Als ob ich den gekriegt hätte. Komm doch, das kann ich... Als ob! Alter, was hast du für den... Alter Schwede. Okay, okay, okay. Ich brauche dich gar nicht als Mate. Sorry. Ja, aber treffe uns ja eh nicht. Ich treffe uns ja eh nicht. Wie ich hier ein Team auseinandernehmen, ist das easy. Ja. Team Tod. Ja, klar. Wer bist denn du jetzt hier? Oh Gott. Ich bin Burning Bizeps. Hallo. Jo, ich werde verfolgt. Mama. Mama. Wie heißt du überhaupt? Bertmann? Ja, warte. Ich habe hier gerade einen heftigen Fight. Aber der hat einen Apfel genommen. Oh, ich habe ihn. Okay, ich habe ihn. Oh Gott, da unten. Wo kommt er denn her? Hilfe, Hilfe. Wo kommt er denn her? Wo kommt er denn her? Ich sterbe. Warte. Ah, nein. Was habe ich denn gemacht? Ich habe nur noch ein Leben, Manu. Ich habe nur noch ein Leben. Was? Ja. Was mache ich jetzt? Bist du das da unten? Bist du das da? Ich bin Leberkäs, glaube ich. Ey, das war so unnötig. Nee, ich bin Slate. Ich bin Slate. Slate. Okay. Hast du mich nicht gerade geholt? Ich bin da hinter dir. Hinter dir, glaube ich. Ja. Ja, da bist du. Hi. Hallo. Hey, willkommen. Hallo. Erstmal das Kliffereinschat. Oh. Oh. Okay. Ich habe ihn schon. Ja, hast du einen Bogen. für mich bestimmt, ne? Ernsthaft? Meinen Bogen soll ich dir jetzt geben? Ja, ja. Gib mal. Was kriege ich dafür? Einen Schlag. Das überzeugt mich. Auch geil, wie wir als Team spielen und einfach nichts passiert hier. Also, der hat mich getötet. Hol dir Leberkäs. Ja, den hole ich mir jetzt. Oh, der hat auch einen Bogen. Ja, was? Soll ich den bussen? Wow. Digga. Gern geschehen. Der hat einen Goldapfel gefressen. Geh rauf. Rack ihn weg. Rack ihn weg. Digga, der dreht dich wieder. Ja, danke, du hast mir einen reingehauen. Schärfer 3 war es nur. Oh. Wow. Digga, was ist das für eine Maschine? Nice. Ich habe sie gerackt. Aua, aua, hör auf. Ja. Du, das für mich nie. Du bist genau wie Paluten. Dass ihr mich nie raggen lässt, alter. Ihr fiesen. Ach man. Boah, jetzt habe ich deinen Bogen. Ja, das stimmt. Ja, aber ich treffe nicht. Du musst mich halt noch treffen können, ne? Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Alter, aber das ist knapp. Alles gut. Liebst du noch? Nein, Manu. Ich bin tot. Bleib stehen. Hör mich incorrect. Er ist tot. Sö mal, Leute. Sneakt der da jetzt gerade irgendwo in der Ecke? Nein. Herr Bergmann, ein dreckiger Camper? Nein. Ich komme, Manu. Genau, ich sehe dich. Jetzt rennen wir die ganze Zeit im Kreis. Jetzt rennen wir die ganze Zeit im Kreis. Ach so, sieben Minuten. Oh nein. Oh nein, da ist er ja. Oh. Du hast einen Bogen? Ja. Warum hast du einen Bogen? Weil ich BVP-OP bin. BVP-OP? Ja. Ah! Ich habe ihn getroffen. Ich habe er stirbt. Ich verblute, Manu. Ja. Komm noch. Komm noch. Du kleine Ratte. Oh! Oh! Sie hat sich da weggeleckt. Du Heckerl. Oh! Hier komm. Hier komm noch. Warte. Hier komm noch. Alter, nee. Sorry. Das seht nicht. Das seht nicht. Hab wir nicht neben. Ja. Nee, komm. Manuel. Ja? Manuel. Ja? Heiße, Alter. Nice. Lieber einfach gegenseitig jetzt die ganzen Dingens aufschümmeln. Die Pfeile zu spielen. Mann! Jetzt komm her! Okay. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe keine Pfeile mehr. Manu! Komm her. Wow! Ah! Komm! Ah! Komm! Nicht mit! Loll! Alter! Ja, das war Hack, Alter. Das war die absolute Inrichtung. Kick. Kick. Ach, trau dich. Trau dich. Trau dich. Ah, es war zu spät, Alter. Es war zu spät. Ach, schade. Ja. Nice gehackt, Alter. Das ist eine nice Hacker-Runde. Auf jeden Fall. Ja, bann mich doch. Ja. Komm, dann habe ich einen neuen Titel. Was? Das war es, Alter. Das war die letzte Aufnahme, die wir jemals aufgenommen haben, Manu. Dann guckt mal in die Videobeschreibung, da ist der Server nicht verlinkt. Und vielleicht auch Herr Bergmann nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute! Peace! Tschüss!